Hallo zusammen, Aizoke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, ein perfekter Reif anzunehmen bei Mechanikos in der Bastion. An dieser Stelle. Vor Quests waren Wiedergutmachung, keine Freundin von mir und Aus alt mach neu. Solltet ihr weitere Fragen haben, zu ForQuest oder ForgeQuest, schaut bitte in die Videobeschreibung, da habe ich euch mehrere Videos verlinkt, in denen ich euch komplette Questreihen am Stück zeige. Außerdem habe ich bei den entsprechenden Videos in die Beschreibungen die Zeitpunkte eingetragen, an welchen Stellen ich welche Quests angenommen habe. So könnt ihr direkt zu gesuchten Quests bringen, ohne euch lange durchklicken zu müssen. Ja, hier in diesem Gebiet sind auch Gegner, die nicht zu dieser Quest zählen, aber das sind wir ja gewohnt. So, den Mob habe ich auch getötet. Jetzt noch diese zwei hier töten. Ich finde, die halten jetzt nicht besonders viel aus. Und dann muss man in dieses Gebäude. Hier war auch die Map. Oben muss man hin. Und dann darf man hier solche Truhen öffnen. Ich glaube, es ist Zufall, in welcher Truhe die perfekte Freiform ist, beziehungsweise die perfektionierte. Ich mache mal diese hier auf. Dann erscheint ein Gegner. Es könnte auch sein, dass es nach Anzahl der Versuche festgelegt ist, in welcher Truhe die perfekte Freiform ist. Das heißt, nachdem ihr zwei geöffnet habt, ist es da oder nach zwei oder unabhängig davon, in welcher Reihenfolge. Jetzt kommt dieser Gegner hier, aber keine Angst, das ist keine Elite. Dann öffne ich nochmal dieselbe Truhe. Also was ein Hinweis ist, ist, dass dieser Lagerwächter aktiv wird. Und dann muss man normalerweise nochmal dieselbe Truhe öffnen. Dann bekommt man diese perfektionierte Reihform. Quest ist bereit zur Abgabe. Also einfach zurücklaufen. Kann auch hier entlanglaufen. Und da bin ich schon. Quest ist abzugeben bei Mechanicos. In der Bastion. An dieser Stelle. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, dürft ihr gerne auch mir helfen. Indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Weiterhin wünsche ich euch noch einen schönen Tag ohne Bugs und viel Erfolg. It's okay. Ende.